Du willst erfahren, was das geheime Gesetz der Gewinner für deinen Beruf ist, also das zusätzliche 31. Gesetz, das dein Berufsleben so unfassbar viel erfolgreicher macht? Der Schlüssel ist das vierte L von der Erfolgsformel für ein super Leben. L, 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 L. Leben, Lieben, Lernen. Vierte Legende schaffen oder Legende werden. Was haben alle Legenden gemeinsam? Sie sind sichtbar. Hallo, ich bin Bodo Schäfer und ich bin weltweit der erfolgreichste Autor zum Thema Geld und Aufbau von Wohlstand. Ich habe vielen tausenden Menschen helfen dürfen, wohlhabend und finanziell unabhängig zu werden. Und all das war nur möglich, weil ich mich sichtbar gemacht habe. Aber nicht irgendwie sichtbar nach dem Motto, ich bin bekannt dafür, dass ich bekannt bin, sondern sichtbar für die richtigen Menschen. Die richtigen Menschen sind für mich die, die genau das brauchen und die genau das haben wollen, was ich anbiete. Nämlich den Schlüssel, der dich vermögend macht. Als ich mit 37 Jahren anfing, als Money Coach zu arbeiten, da wusste ich nichts über Sichtbarkeit. Ich habe davor über fünf Jahre lang maximal 30 bis 35 Personen auf meinen Seminaren gehabt. Ich war nicht bekannt. Und ich habe viel probiert und ich war ziemlich frustriert. So frustriert, dass ich es sogar aufgeben wollte. Und dann habe ich den Durchbruch erzielt. Ich bin an einem einzigen Tag bekannt geworden. Ich bin den Weg gegangen. Ich verstehe, wie schwierig es ist, für die meisten Menschen Kunden zu finden und sichtbar zu werden. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber mit dem richtigen System kann jeder sichtbar werden. Und das sehr schnell. Wenn du auch lernen möchtest, sichtbar zu werden, dann registriere dich unbedingt für das nächste Video. Und du lernst sofort die wichtigste Regel, wie du dich sichtbar machst. Ich habe damals eine Strategie entwickelt. Eine Strategie, mit der ich dann sichtbar wurde. Und durch die ich heute noch, nach über 25 Jahren, stark sichtbar bin. Sehr wahrscheinlich bin ich der deutsche Trainer, der mit großem Abstand weltweit am bekanntesten ist. Der weltweit am meisten Bücher verkauft hat. Der weltweit vor den meisten Menschen gesprochen hat. Und warum? Weil ich in vielen Ländern der Welt sehr sichtbar bin. Ich habe ganz neu für dich eine Serie von vier Gratis-Videos aufgenommen, die dir zeigen, wie du sichtbar wirst. Ich bin fest davon überzeugt, dass nichts so sehr hilft, dass du eine eigene Legende schaffst wie Sichtbarkeit. Nichts bringt dein Einkommen so sehr nach oben. Nichts bringt dein Business so sehr nach vorn. Und nichts wird dich als Mensch dermaßen fordern und verbessern wie Sichtbarkeit. Warum das so ist, wirst du im dritten Video meiner Gratis-Videoserie erfahren. Und vielleicht fragst du, hey Bodo, warum bietest du dieses Coaching gratis an? Nun, ich bin fest davon überzeugt, dass du etwas in dir hast, das viele Menschen gebrauchen können. Kann ein Service sein, Produkt, eine Idee. Okay, aber wenn das in dir begraben bleibt, wenn andere Menschen nicht davon erfahren, dann nützt das der Welt nicht. Ich habe jahrelang super Wissen über Geld gehabt. Und ich habe es in kleinen Seminaren an ein paar Menschen weitergeben können, 30 bis 35 Personen. Als ich aber das Geheimnis von Sichtbarkeit erfahren hatte, da waren es plötzlich viele Tausend. Dann viele Zehntausend und schließlich Millionen. Ich weiß also, welche einen gewaltigen Unterschied Sichtbarkeit in unserem Leben macht, weil du dann viel mehr Kunden anziehst, weil du die Nummer eins wirst, weil du eine Legende schaffst, weil du zehnmal so viel verdienen kannst, unfassbare Anerkennung und Feedback bekommst. Und weil du dann zu einer selbstsicheren Person wirst, die weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Es gibt dazu insgesamt vier Trainingseinheiten. Das erste Video zeigt dir meinen großen Durchbruch. Du lernst also, wie du praktisch über Nacht maximal sichtbar wirst. Das zweite Video, da lernst du die fünf Fehler, warum die meisten Menschen niemals sichtbar werden. Und der dritte Fehler erklärt sich daraus, wie wir und unser Gehirn von der Evolution geprägt wurden. Im dritten Video erfährst du, warum Sichtbarkeit auch das Beste aus dir als Mensch hervorholt. Und im vierten Video erkläre ich dir das genaue System. Du siehst ganz genau Schritt für Schritt, was du tun musst, um innerhalb von drei Monaten maximal sichtbar zu sein. Du siehst also den ganzen Prozess ganz klar. Am besten registrierst du dich jetzt sofort hier unten unter dem Video. Und natürlich gebe ich deine persönlichen Daten niemals weiter. Wir schicken dir einfach vier Videos und Informationen über meine Coachings und Arbeit. Eine Bitte. Sei bitte schnell. Und hier ist der Grund. Ich habe noch nicht entschieden, wie lange ich dieses Video-Coaching über Sichtbarkeit gratis zur Verfügung stelle. Aber es wird eine sehr begrenzte Zeit sein. Also registriere dich am besten sofort und lerne jetzt die wichtigste und erfolgreichste Strategie deines Berufslebens. Wie du sichtbar wirst.